Was hat dieser Protest verändert? Was hat dieser Protest verändert? Was hat dieser Protest verändert? In diesem Sinne, wir glauben, dass, als wir die internationalen Direktes verabschieden, wie der Präsident Morales, die Menschenrechte, internationalen Direktes verabschieden, und die Immunität der Autoritäten, als ein Präsidenten an der internationalen Direktes. Spanien und Frankreich haben inzwischen eine Entschuldigung angeboten. Diese Entschuldigung ist, wie es in der bolivianischen Presse hieß, akzeptiert worden. Ist damit die Krise überwunden? No. Si bien se han disculpado no solamente los países que usted menciona, sino Italia, Francia, Portugal, und auch in den vierten Ländern, Portugal, der Präsident Morales erklärte, dass, wenn sie die Entschuldigung verabschieden, dass sie die Entschuldigung verabschieden, und, wenn sie die Entschuldigung zurückkommen sind, dann nicht die Entschuldigung. Die Entschuldigung ist, sondern dass Bolivien sich die Entschuldigung verabschieden, dass sie die Entschuldigung nach internationalen bis sie eine Entschuldigung bekommen, und dass sie wirklich wissen, wer die Entschuldigung hat, wer effektiviert wurde, und dass, evidentlich, es gibt Regeln, und, wenn sie keine Entschuldigung haben, müssen Sanktionen sein. Aber das ist ja genau die zentrale Frage. Was ist denn die Meinung Ihrer Regierung? Wer steckte hinter diesem Zwischenfall? Haben die USA hier direkt interveniert? Según toda la información, die sie maneja, ja, evidentemente. Und es ist es für uns, dass vier países europeos sich zu einer Ordnung nur durch eine Instruktion, nur durch zu überlegen, oder zu überlegen, dass der Herr Snow dann auf dem Flugzeug wo der Präsident Evo Morales war. Das heißt, wir denken, dass es ein Entschuldigung gibt, und das ist, und das ist genau das, dass sie auf die Internationale gegen den Imperialismus und den Kolonialismus auf dem Weltkriegen. Was bedeutet das denn jetzt für die Beziehung zwischen Bolivien und den USA, die in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder belastet waren? Bueno, seguimos pidiendo respeto a nuestra soberanía, a nuestra dignidad. Como lo dijo el presidente Evo Morales en su turno, se ha expulsado a la DEA en Bolivia, la fuerza de lucha contra las drogas, y se ha demostrado que la lucha contra las drogas está mejor sin esa ayuda. también se ha expulsado a USAID, que era la ayuda económica al desarrollo de Estados Unidos, y también nos va bien. Y en todo caso, planteamos que el respeto a la no intervención y a los respetos de los derechos internacionales deben seguir adelante para poder llevar adelante las relaciones entre cualquier país del mundo y Estados Unidos. Americanos de los hätte das für Bolivien? Welche Konsequenzen erwarten Sie? Es ist ein weiterer Antecedente, dass die Mitglieder der Mitgliedstaaten der Mitgliedstaaten Wir haben eben eine Konferenz in Cochabamba erwähnt, ein internationales Treffen von Aktivisten, wie es im Titel heißt, gegen Imperialismus und gegen Kolonialismus. Was erwarten Sie sich von so einer Konferenz von internationalen Basisaktivisten? Bueno, las organizaciones sociales, varios movimientos de Latinoamérica quieren remarcar que los Estados Unidos deben respetar que ahora somos Estados que estamos más unidos que nunca. Los Estados latinoamericanos y muchos Estados en el mundo que quieren visibilizar que se deben respetar los derechos humanos, el derecho internacional, que tanto ha costado llegar y que se debe respetar también la inmunidad a nivel internacional. Eso por un lado. Por otro lado, también se va a analizar, en la convocatoria lo dicen, si las empresas transnacionales que están actuando en Latinoamérica están dando un efecto más positivo o negativo en el marco de la soberanía económica. Y también hablar de la soberanía política. Cómo se van definiendo más mecanismos para garantizar que se cumplan los derechos internacionales y por supuesto los derechos que tienen todos los ciudadanos del mundo de que seamos iguales ante la ley, ya sea nacional o internacional. Frau Botschafterin, die letzte Frage. Gestern wurde in den USA vor einem Militärgericht der US-Soldat Bradley Manning verurteilt in 19, der insgesamt 22 Anklagepunkte. Bradley Manning war der Informant, der der Enthüllungsplattform Wikileaks hunderttausende Dokumente zugespielt hat. Dieses Urteil ist heute international stark kritisiert worden. ¿Bestätigt dieses Urteil die Position Ihrer Regierung gegenüber den Fällen Snowden und Assange? Claro que sí, porque es un caso más de personas que se han dado cuenta que eran parte de un sistema de persecución y de información que hacía daño a la soberanía de otros países. Entonces, pienso que es un caso en el cual hay que ver que evidentemente estos otros dos ciudadanos requieren del apoyo de otros países para que no sufran la misma suerte. Ich danke Ihnen für's Interview. Muchas gracias.